Das ist Oma. Oma hat lange auf der Straße gewohnt. Wir haben es oft versucht, aber es war schwer, sie zu retten. Sie war in Gefahr jetzt. Sie war nicht geschützt. Kommt Sommer und dann bekommt sie alles Mögliche. Das machen ja viele Aria. Und sie war auch läufig und so lange auf der Straße. Wir haben die Kollegen von Sos Resky angerufen, weil sie haben ein großes Netz. Wir haben es oft versucht, mit einer kleinen Schwinger. Aber geht nicht, weil jeder hat sie gefütet. Hola, Anita. Und sie hatte keinen Hunger. Und sie sind mit dem Netz gekommen und sie haben es gestern geschafft. Und heute ist sie hier, schon gestern, hat sie schon hergeschlafen. Sie ist etwas schüchtern, weil sie ist total verloren jetzt. Aber sie möchte das, weil sie ist glücklich. Sie wird das schnell schaffen, weil sie möchte streichen. Und leckerli. Sie ist mega lieb, die Hundin. Oh, oh. Hola, Anita. Hola. Ciao. 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 Ciao.